Ja und ich spiele heute Battle Royale. Ah egal. Aber du kannst ja gucken da ne. Da wirst du nach unten gehen und dann kannst du das auch sehen. Ach warte du gehst auf Fortnite, dann gehst du nach unten und dann kannst du auch Videoclips angucken. Boah Leute ich geh kurz... die E-Molo. Ja und dieses ist mein... Juhu 50 Haarbox. Oh ich habe 70 Haarbox. Ich spiele bei Battle Royale. Leute ich habe sieben Siege. Im Shop könnt ihr diesen Skin für 5 Euro holen. also du hast plus... also du hast plus... also 500 Haarbox, bis 100 Haarbox, also 600 Haarbox. Das kriegt alles für 5 Euro. so... Falka machst du mit? Da wirst du mein Leuchten gucken. Ich komme gleich nicht. Ich komme gleich nicht. Ich komme gleich nicht. Ich komme gleich nicht. Ja ich komme gleich nicht. Vielen Dank. Hallo, Miss Präsidentin, Angela Merkel, Sie müssen alle fort nicht löschen. Nee, nee, Carlos, du schweinst, verpiss dich jetzt von der Party, Angela Merkel. Dann stich dich deiner Mutter ab. Gewehrt? Obwohl sie keine Mutter hat. Oh, oh, oh. Was? Falker? Falker? Ach so, du bist doch da, Falker. Freakab까, look up, butter, kari, tue, däute. Leit, ich kann rippen. Ich... Ab... Ich war heiß. Schnappen. Schnappen, ey, du war 30. Tausend. Weißt du, letztes Mal mit meinem Freund Daniel, ne? Da war ein Lama, jeder ist dahin geflogen und alle haben uns mit Axte gekehlt, ja? Wir sind ausgerassen. Komm schon, den muss ich kriegen. Ja! Ich habe die Pippe, was gerade gekehlt. Ich sehe da was, was ich habe, was gerade gekehlt. Was ist das? Oh! nein mann was für ein Hacker glaub mir so ein Wasserpacker Leute ist ein Hacker ich weiß ich hab's hier nen Schuhschauer nein ich hab noch nie ich hab noch nie einen Zuschauer ey wie heißt Leo, kennst du Leo Machère? wie heißt der auf PS4 das war einfach so Leute nein der ist Leo nein der heißt Leo Leo also Leo unterstrich Leo und dann unterstrich 040 da muss man sich abstechen Leute er wohnt in Berlin irgendwo also muss man auch ach so Leute und der heißt Ben da ist Robben in echt Spaß da ist Mister Hosi das ist Leute man kann ihn easy finden da gibt's nur ein Haus also kann man ihn nur in ein Haus finden Leute aber der Haus ist sehr sehr groß aber der Haus ist sehr sehr groß so und ein Like geben kannst du mir ein Like und ein Abo gewinnen und dann ich glaub so irgendwie Edward Killer oder so keine Ahnung ich weiß selbst nicht geh einfach auf Fortnite und da unten in diesem Fortnite ist dann ein Video von mir wenn du es vielleicht bist oh nein du gehst auf Party gehst auf mich und dann steht das Spiel übertragen und fertig aber musst du dann bist du keine Frage Leute Leute seid gespannt was ihr rausbekommt ich mach hier erstmal alles leer Leute bei im und an im im es gibt Oh, so Headshots und so, ne? Aber ich krieg den trotzdem. Kannst du kukken? Kannst du kukken? Ja, ich kriege die. Ich kriege sie. das war frei mit kala mother fucker witz nie kann du wohnst und shit du wohnst du wohnst du wohnst du wohnst du wohnst was geht ab ich bin wenn ihr eine million dann aber du wohnst ich bin abgang ja ja sicher ist an der ecke ich hab ja auch schon zu schauen ich seh das doch ich hab gar keinen zu schauen ich also das ich habe so traurig wurde bei ein in der Stadtgang ja ich kann aber ich kann aber ja ich hab mich zu tun da liegt eine Waffe oben ich muss mich verpissen mein Ding Blockdata ich kann es mir nicht zugucken Leute ich geh kurz von meinem Freund in die Party wir müssen kurz warten ich geh gar keine Party ich decke ich geh Das war's. Okay. Okay. Yardım. 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 Yardım.